Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder eure Tess Vanessa und wie ihr sehen könnt, trage ich das krasseste Make-up überhaupt und das ist der Party Trend 2017, sich mit Neonfarben schminken, um auf Festivals, in Diskotheken, im Schwarzlicht einfach mal krass aufzufallen. Wer das mag, kann sich ganz leicht im Internet die Farben bestellen, ich habe mir acht Stück für 13 Euro zukommen lassen, also total okay und ja, ihr seid da völlig frei, könnt auch euren Geschmack euch schminken, mir gefällt das total gut und wie ich das gemacht habe, seht ihr jetzt. Ich fange mit einem matten Lidschatten an, den trage ich dafür auf, dass mein Augenlid so ein wenig mattiert ist und für den Hautglanz. Danach greife ich zu einem Kajal und ziehe mir den Eyeliner-Strich vor, um den dann mit der Neonfarbe einfach besser nachziehen zu können. Da habe ich zu einem knalligen Pink-Lila gegriffen und übermale da den vorgezeichneten Kajal einfach mit. Ihr müsst wirklich aufpassen, wenn ihr mit Neonfarben arbeitet, ein kleiner Klecks irgendwo, man sieht es halt sofort im Schwarzlicht. Deswegen nehmt euch da ruhig ein bisschen Zeit, um das ordentlich auftragen zu können. So sah das dann aus. Und nachdem ich das andere Auge gemacht hatte, bin ich in das Neon-Make-up nochmal mit einem matten, schwarzen Lidschatten gegangen. Ich finde diesen Effekt ganz cool. So sieht es dann aus an beiden Augen. Und danach ging es zu den Augenbrauen und da habe ich wirklich ein sehr knalliges Pink gewählt. Und wie ihr seht, strichele ich mir das einfach nur so auf meine Augenbrauen. Und auch da wieder bleibt es in der Partie der braunen. Man sieht es sonst auch da, wo es eigentlich nicht sein soll. Die erste und die zweite. Ich finde das total cool. Und dann kam ich auf die Idee, mir einfach so ein paar Sommersprossen aufzumalen. Da habe ich einmal so ein Giftgrün genommen, ein Orange. Und die habe ich einfach mit einem Eyeliner-Pinsel aufgetupft. Das ging total gut. Und dann habe ich noch ein Weiß verwendet. Und hatte ganz, ganz viele bunte Sommersprossen. Danach bin ich zu den Lippen übergegangen. Da habe ich die Farbe Blau genommen. Damit habe ich erstmal meine Lippen nur von außen nach innen bemalt und mir eine kleine Lücke gelassen. Meine Lippen waren leider an diesem Tag sehr, sehr trocken. Und von daher habe ich das Blau dicker aufgetragen, wie ihr sehen könnt. Und die Neonfarbe zieht tatsächlich auch sehr schnell in die Lippen ein. Das fand ich ganz gut dafür, dass die Farben ja flüssig sind. Dann habe ich ein Weiß genommen und damit die Lücke gefüllt, die ich mir auf meiner Lippe gelassen hatte. Ich wollte mal schauen, wie dieser Effekt dann wirkt. Wie gesagt, da kann man wirklich seiner Fantasie freien Lauf lassen und das ganz nach seinem Geschmack und Belieben auftragen. Dann bei der Oberlippe habe ich die äußeren Partien weiß gehalten, also genau andersrum. Und das sah dann so aus. Danach habe ich mich dafür entschieden, dass mir auf meiner Stirn noch was fehlt. Aber damit das alles nicht zu viel wird, habe ich da auch einfach nochmal ein paar Punkte aufgetupft in den genau gleichen Farben wie die Sommersprossen. Und dann habe ich mit einem Kamm und einem Gelb meine Wimpern getuscht, damit auch da nochmal ein schöner Schwarzlicht-Effekt vorhanden ist. So sah das dann im Ganzen aus. Und im Schwarzlicht. Ich finde das total cool, man darf sich ruhig mal was trauen. Viel Spaß beim Nachmachen.